Diese Punkte ist in diesem Rechtsfalte, wir holen den Abstand ein. Vielen Dank auch dafür. So, ich stelle jetzt hier uns drei vor, die wir euch hier zu diesem Tag fügen werden. Die Polizei, bittet uns noch, wir sind hier viele, viele 10.000 Menschen, Rommels. Bitte uns ganz dringend, dass wir uns ein bisschen verteilen, wir haben hier den Platz bis zum Manövator, nutzen wir den aus. Bitte, meine gehörten Menschen, Freiheit für die Ukraine, wo ihr in den Krieg liebt, wie ihr es. Vielen Dank ist Frank Wernicke. Unsere nächste Rednerin ist Theologin, Pfarrerin. Für uns meint, es ist Krieg in Europa. Wie es Familien zerreißt, der Himmel wird nicht dauernd. Danke. Hier haben wir unsere Jukumadronen. Ich schütterte auf Gottes zornige Frage, was hast du getan? Ich liebe alle diese Orte an. Ich danke Ihnen. Schleifel Ich liebe alle diese Orte an. Ich liebe alle diese Orte an. Ich liebe alle diese Orte an. Untertitelung des ZDF, 2020